Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und haben sie noch einige? Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Crackdown 3. Wir hatten ja hier noch die Chemie-Mission fertig gemacht und ich würde einfach nur sagen, wir gehen jetzt auf die nächste Mission. Mal gucken, wie wir jetzt schon gehen. Ähm, denn so viel haben wir jetzt in dem Spiel, die jetzt auch nicht mehr verliegen. Ähm, genau. Äh, okay. Alles klar. Gut. Autsch. Danke. So, du bleibst jetzt mal stehen. Darf ich mich dann auch, weil du mich angekommen bist. So. Und wir lockieren uns mal die nächste Mission. Hm. Wollen wir es fahren? So, ne? Fahren wir mal diese Ehren. So. Die ist jetzt auch nicht allzu freiglich. Bereit für einen neuen Tag im Paradies, Agent? Ein neuer Tag der Gerechtigkeit mit allen Mitteln? Ja, wer mit allen Mitteln ist? Ja, ich hab mal noch die andere, oder? Ja, ich hab mal noch die andere, oder? So. Ich hab auch hier, sind sie schon richtig. Ich hab auch hier, sind sie schon richtig. Feindliche Geschütze online. Ah. Jetzt kurz, komm los, rein. Der, 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 der der jetzt wieder rauskommt, Ally. Ich hab mal noch die�ische halte, durch. Wenn wir das jetzt noch richtiges Mal machen lassen, Ich kann jetzt nicht alles die andere, die wir da waren. Aber ich bin auch schon... Es ist schon besser, dass wir... Eine... So... oder... Mit... Für den echt... Nee. ... Ich weiß nicht, wie sie ist. Der Duplicator. Welches Chaos sollen wir multiplizieren? Der Duplicator. Der Duplicator. Der Duplicator. Oh Gott, wir müssen die Einheiten entsetzen und ansteigen. Oh, ja. Was ist das? No. Okay, der ist ganz schön... Oh, das ist wirklich schwierig, der ist ganz schön hart hier. Dieser Stationsvorsteher sucht Streit. Schalten Sie ihn aus! Er sucht wirklich Streit. Zuerk auf den Weg der Gremale in die Gremale in der Nähe von Doppelstuhr. Wir wollen mal so schnell fahren, wir versuchen weiter zu schauen. Wir brauchen meine Gremale. Wir brauchen unsere Gremale. Ich bin nicht mehr bleib, das ist sicher. Wir brauchen unseren Gremalen. Es ist nicht mehr, deutliche Kraft zu machen. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Oh Gott. Wir wollen uns nicht mehr. Agency abbrechen. Logistik-Einheiten. Rückzug zur Basis für Neubewertung und Neuprogrammierung. An die Arbeit, Agent. So. Jetzt haben wir die Schnellreise hier gemacht. Jetzt sind wir eigentlich wieder in dem gewohnten... Ah, gibt's wohl irgendwie... Im gewohnten Gebiet, wo war ich das? Wir fahren hier auch noch an zu Muscheln und nicht so stoppen. Ähm, ja. So. 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 Da haben wir noch... Okay, nicht hier. Schicke moves. Ach so, ja. Okay. Okay. Fassen Sie auf die Schockattacken auf! Hier verbrutzeln Sie! Das war's. Der letzte von Novas Hardpoints ist Geschichte. Und alle gefangenen Milizmitglieder sind wieder zurück im Kampf. Entschuldigung. Genau. Drennt ein wenig! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh! Oh! Offens? Ich mache keine Oberraten! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dann zu, ran an die Kugel! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dann würde ich sagen, haben wir das mit den Waffen geklärt Und würden dann einfach mal so ein bisschen was kriegen Welche machen wir denn? Noch ein bisschen In der Nähe brodeln noch aktive Chemieziele vor sich hin Ja, was die in der Nähe? Ja, was die in der Nähe? Ich werde das in der Nähe, die in die Nähe, die in die Nähe! Ich kann das nicht mehr in der Nähe! Ich bin der Nähe, ich bin der Nähe! Das war's für heute. 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 Das Ventil ist bereit für eine Abreitung. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.